Keine Ahnung ab! Macht euch bereit zum Kampf! Angriff! Die Japaner kommen aus nördlicher Richtung näher. Alle hoch in den dritten Stock! Vorsicht vor den Selbstmordattentätern! Das bedeutet Krieg. Der oberste Befehlshaber sagt, wir müssen noch zwei Tage durchhalten. Vorsicht! Sie sind alle aus Fleisch und Blut. Sie haben Eltern und Verwandte. Seinem Land dienen zu dürfen, ist eine Ehre. Jeder hat sein eigenes Schicksal. Die chinesischen Soldaten sind standhaft. Du musst überlegen! Das ist Selbstmord! Bleib still! Wir dürfen niemanden zurücklassen! Überquert die Brücke! Brüder der 88. Division! Nur euretwegen! Aus dem Weg! Ist Shanghai noch standhaft? Ja!